Für das dritte Rennen des Tages präparieren Sie bitte schon mal die SharePoint Sharks und die Unhaltbaren. Und das zweite Rennen des Nachmittags ist gestartet. Die Vitalmarkbahn 2 und die Hobbyfiraten. Und das zweite Rennen des Nachmittags. Halbe Strecke ist geschafft. Es geht um Platz 7 und um Platz 8. Bahn 1, die Hobbyfiraten und auf Platz 2, Tippi Teilmark. Das sieht gut aus. Endspurt. Beide Bote über allem zulegen. Endspurt. Weiter. 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 Sieg. Platz 7, Platz 8 und an der Zeit von 1,40. Die Hobbyfiraten. Sieg. Platz 8 und an der Zeit von 1,40. Die Hobbyfiraten.